Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Rezeption und zwar heute geht es um diese Sticks hier. Das sind die Sultan Trump Sticks Niklas Kahl Signature Stöcke. Und jetzt eine Durchsage in eigener Sache. Ich bin nicht gespondert durch Sultan. Ich habe kein Endorsement bei Sultan. Ich habe kein Endorsement bei irgendeiner Firma. Dieses Review, wie alle meine Reviews, stellen meine eigene Meinung dar und stellen das dar, was ich über das jeweilige Produkt, was ich rezessieren möchte, sagen möchte. Und ja, das wollte ich gerade nur so im Vorab erwähnen. Und jetzt geht es los mit dem Review. Wir starten mit der Qualität und mit der generellen Verarbeitung und dem Aussehen. Wir haben es hier mit einem wirklich hochwertig verarbeiteten Stock zu tun, wenn wir es im Kontext sehen, wie billig dieser Stock eigentlich tatsächlich ist. Also wir haben hier einen wirklich schön verarbeiteten Stock. Wir sehen hier die wunderschöne Maserung des Holzes. Ich weiß zwar nicht genau, wie sie den Stock bearbeitet haben, aber auf jeden Fall, man kann die Maserung wirklich sehr schön sehen. Und dieser Stock sieht wirklich sehr, sehr gut verarbeitet aus. Wir haben hier einen kugelförmigen Tipp. Dann haben wir hier diese schöne Schulter und dann den Schaft und hier dieses runde Butt-End. Und das macht den Stock generell zu einem wirklich sehr schön aussehenden Stock. Und die Anfassqualität und das Gefühl, wenn man die Stöcke spielt, ist einfach sehr, sehr schön. Also lassen sich wunderbar anfassen. Und es gibt ein gutes Gefühl, wenn man diese Stöcke nun spielt. Und jetzt geht es weiter mit dem Handling. Also wir haben es hier mit relativ schweren Stöcken zu tun. Und das bedeutet, dass diese Stöcke eher in lauteren Musikrichtungen zu Hause sind. Aber das ist nicht ganz der Fall, denn durch diese kugelförmigen Tipps, die sie haben und diese schöne Schulter, lassen sie sich wunderbar universal einsetzen, außer Jazz. Also man kann mit diesen Stöcken kein Jazz spielen, weil der Klang einfach dazu nicht passt. Und sie sind auch dafür nicht gemacht, sondern sie sind dafür gemacht, um härtere, lautere Musikrichtungen abzudenken. Und das merkt man auch, wenn man diese Stöcke spielt. Denn sie sind tatsächlich etwas schwer. Aber wie gesagt, das bringt richtig schön Lautstärke rein, richtig Kraft und sehr viel Power in der Lautstärke. Und jetzt geht es um den Klang. Ich habe euch hier mal ein Video gedreht, wo ich meine Becken und Trommeln anspiele, um euch zu zeigen, wie diese Stöcke klingen. Ich habe euch hier mal ein Video gedreht, wo ich meine Becken und Trommeln anspiele, um euch zu zeigen. Also, sie produzieren einen schönen, brillanten, hellen Klang durch diese schönen, kugelförmigen Tipps, die sie haben. Und der Klang auf den Trommeln ist sehr attackreich, sehr kraftvoll, sehr schön und laut. Und auf dem Becken, wie gesagt, sehr brillant. Schöner Attack mit schönem Rauschen darunter. Und das gefällt mir wirklich sehr, wie diese Stöcke auf den Trommeln und auf den Becken generell klingen. Und jetzt kommt die Zusammenfassung. Also, Niklas Kahl ist wirklich ein wunderbarer Stick gelungen, der sich überall da einsetzen lässt, wo lautere Musik gefragt ist. Im Jazz fühlt er sich eher nicht zu Hause, weil der Klang dafür nicht geeignet ist. Aber er fühlt sich halt eben in den anderen Musikrichtungen zu Hause. Die Verarbeitung ist großartig und klanglich gesehen produziert er einen sehr brillanten, hellen, aber gleichzeitig auch starken und lauten Klang auf den Drums und auf den Becken. Auf jeden Fall, diese Sticks sind wirklich gut verarbeitet, gute Qualität haben sie und ja, die Kooperation mit der Firma Sultan bzw. die Kooperation mit Rohema ist wirklich gut gelungen. Und mir gefallen die Sticks sehr und für den Preis absolut top verarbeitet. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Und ja, wie gesagt, also generell sind es wirklich sehr, sehr, sehr gute Sticks. Und jetzt beende ich das Video und wünsche euch sehr viel Spaß mit verschiedenen Schlagzeugrhythmen und Gurus und was weiß ich, was ich da noch aufgenommen habe, damit man diese Stöcke hier in verschiedenen Bereichen hört. Und ich bedanke mich schon mal fürs Abonnieren, fürs Anschauen meiner Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.